Ich bin Florian Post, Ihr Bundestagsabgeordneter für den Münchner Norden. Für mich verbindet sich in München Tradition mit Moderne. Deshalb bin ich stolz darauf, die Belange der Münchnerinnen und Münchner in Berlin vertreten zu dürfen. Bei uns trifft Brauchtum auf Innovationskraft. Es reicht nicht, von der Vergangenheit zu zehren, sondern wir müssen uns auch immer fragen, was ist für die Zukunft wichtig? Wie wollen wir wohnen? Wer ein Schwarz-Gelb immer mehr privatisieren will, gehen wir die Aufgaben an. Zum Beispiel am Ackermannbogen. Vorzeigemodell für partnerschaftliches und bezahlbares Wohnen. Für wen ist Bildung da? Bildung für alle. Das ist im München Programm. Zum Beispiel das neue Bildungszentrum an der Nordheide. Weil wir Münchens hohe Lebensqualität erhalten müssen, bin ich auch für die Untertunnelung und die Wiedervereinigung des Englischen Gartens. Mein Kernthema ist die Energiepolitik. Die Münchner Stadtwerke produzieren bereits jetzt mehr erneuerbare Energie, als alle privaten Haushalte verbrauchen. Das nenne ich Zukunft. Sicher, ökologisch und bezahlbar. Dafür stehe ich ein. Münchner Lebensart bewahren und gestalten. Dafür brauchen wir den Richtigen. Auch im Bundestag. Münchnerland Dem recorfen Münchner Münchner Münchner